Patrick hier wieder und in diesem Video lernst du, wie du es schaffst, deine Gedanken zu kontrollieren. Viel Spaß mit diesem Video. Wie schaffst du es, deine Gedanken zu kontrollieren? Darüber möchte ich hier in diesem Video reden. Vorab noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und zwar vielen Dank an alle Abonnenten. Wir haben jetzt die 1000 Abonnenten geknackt. Das nächste mittelfristige Ziel sind dann die 10.000 Abonnenten. Und so langsam kommt dann auch Momentum rein. Das ist eine der Sachen, über die ich in dem Video der Erfolgskurve, ich werde es hier oben nochmal verlinken, bereits schon gesprochen habe. Und dann fangen die Dinge natürlich auch an, umso mehr Spaß zu machen. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle Abonnenten. So, Thema Gedanken kontrollieren. Wie du es schaffst, deine Gedanken zu kontrollieren. Das Kriminelle an der Sache ist, dass die meisten versuchen, symptomatisch an die Sache heranzugehen. Das heißt, sie beschäftigen sich mit Gedanken, Tricks, die man machen kann, Sachen, mit denen man sich ablenken kann. Vielleicht beschäftigen sie sich mit positivem Denken, wo sie, wenn sie irgendwas Schlechtes haben oder erfahren, direkt versuchen, das zu verdrängen, wegzuschauen oder haben was anderes zu denken. Es gibt viele verschiedene Theorien darüber, was man da machen kann. Das Problem ist, einige davon sind auf derselben Ebene wie das eigentliche Problem. Das heißt, man kann ein Problem normalerweise niemals lösen auf der Ebene, wo es entstanden ist. Und genauso ist das auch, wenn du es nicht schaffst, deine Gedanken zu kontrollieren. Es bringt nichts, irgendwelche fancy Mindtricks irgendwie anzuwenden, denn du befindest dich weiterhin auf der Ebene des Verstandes. Und es gibt da so eine wunderschöne Geschichte. Ich glaube, es war auch von Buddha ursprünglich. Da geht es sinngemäß darum, dass die normale Reaktion, wenn jemand von einem Pfeil zum Beispiel damals getroffen wurde, ist, er schmerzt und er zieht den Pfeil hinaus. Was ganz viele Menschen machen, die ein hohes Kognitionsbedürfnis haben, die sehr kognitiv unterwegs sind, die sehr viel denken, ist, die werden quasi symbolisch von einem Pfeil getroffen. Und anstatt das dann herausziehen, damit der Pfeil ihnen keine Schmerzen mehr verursacht, stehen sie da und denken sich, oh, wer hat denn diesen Pfeil geschossen? Und warum überhaupt? Wieso sollte jemand auf mich schießen wollen? Und was ist das überhaupt für ein Material zum Beispiel? Das heißt, wir verharren in dem Schmerz, weil wir nicht wirklich an die Ursache gehen, sondern symptomatisch bleiben und oberflächlich arbeiten. Wir lassen den Pfeil stecken. Wenn wir unsere Gedanken kontrollieren wollen, beziehungsweise wenn du deine Gedanken kontrollieren möchtest, dann kannst du das lediglich auf einer anderen Ebene, aber nicht auf der rationalen. Das ist der Grund, warum ich so oft sage, Intellect can bring us to the door, but it won't take us into the house. Das heißt, es ist super, wenn du einen funktionierenden Verstand hast und analytisch etc. ist das ein super wichtiges und tolles Instrument. Es hört nur dann auf, gut zu sein, wenn der Verstand, dein Verstand anfängt, dich zu kontrollieren. Denn dann bist du nicht mehr der Herrscher über deinen Verstand, sondern du bist der Sklave deines Verstandes. Und umso nützlicher er dir auf der produktiven Seite ist, umso kontraproduktiver kann er dir auch sein, wenn es gegen dich geht. Und das wirst du vielleicht auch wissen, wovon ich gerade spreche. Wenn du jetzt beginnen möchtest, deine Gedanken zu kontrollieren, dann gibt es verschiedene Wege dazu. Einer der wichtigsten oder Hauptwege ist Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt, dass wir im Hier und Jetzt sind und wahrnehmen, anstatt in unseren Gedanken, in unserem Kopf, in unserem Verstand oder sonst wo verhaftet zu sein. Denn, ich hatte es in dem Video weniger denken, mehr erreichen, was übrigens auf Platz 1 ist, also das erfolgreichste Video hier auf diesem Kanal. Ich werde auch das hier oben nochmal anzeigen lassen. Wie ich es in diesem Video schon gesagt habe, wir können die objektive Realität, die Welt um uns, lediglich wahrnehmen über unsere 5 Sinne, sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen. Unser Denken ist keines dieser 5 Sinne. Das heißt, wenn du irgendwo sitzt und dir Gedanken machst oder jemand redet und du überlegst, was könnte ich Kluges als nächstes sagen oder ähnliches, dann befindest du dich an einem Ort, in einem, ich nenne es immer, virtuelles Konstrukt innerhalb deines Gehirns, welches auch nur hier existiert. Das heißt, du nimmst die Realität in dem Moment nicht wahr, du siehst gar nicht, was da ist, was um dich herum passiert, sondern du überdenkst die Realität. Das heißt, du nimmst weniger am Leben teil. Das führt zu Gedanken zum Beispiel, dass wir uns sehr einsam oder sehr isoliert vorkommen können, weil wir zum Teil mehr denken als die anderen, was wiederum Fluch und Segen sein kann, wie schon vorhin erwähnt. Wenn wir da jetzt uns von befreien wollen, können wir das in erster Linie nicht eben auf derselben Ebene über das Denken, sondern über das Fühlen. Und das ist der Trick dabei. Das heißt, wenn wir unsere Gedanken kontrollieren wollen, müssen wir mehr wahrnehmen. Darum heißt es runterkommen, Atmen und bewusst darauf achten, was spüre ich gerade, was rieche ich gerade, was höre ich gerade, was sehe ich gerade, eventuell auch, was schmeckst du gerade, halt bewusst zu sein im, wie man das in der spirituellen Szene immer sagt, im Hier und Jetzt. Das heißt, du bist einfach bewusst da, du bist präsent in dem jetzigen Moment und nimmst daher voll am Leben teil, anstatt das Leben nur zu überdenken oder gefangener zu sein deiner eigenen Gedanken oder deines eigenen Verstandes. Und was dann passiert, wenn du das lange genug machst, ist, du entwickelst dich zu einem bewussteren Menschen und disassoziierst dich selbst mit deinem Verstand. Denn du wirst feststellen, umso ruhiger du wirst und umso mehr du in dich schaust, umso mehr kannst du beobachten, was du denkst. Das heißt, wenn du lange genug bewusst lebst und Achtsamkeit übst, zum Beispiel über Meditation, dann wirst du irgendwann feststellen, warte mal, wenn ich beobachten kann, was ich denke, dann kann ich ja nicht mein Gedanke sein. Ich muss ja der Beobachter sein oder einfach nur sein oder das Bewusstsein sein. oder die Instanz über den Gedankensein. Es gibt kulturell bedingt und je nachdem, auf was für eine Lehre man schaut, hunderte Ansätze davon, wie man das Kind nennen kann. Aber mir geht es um den praktischen Ansatz dahinter, weniger um die tiefen Philosophie oder den psychologischen Anspruch da an mich. Das heißt, ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns theoretisch erstmal gut vorstellen können. Das heißt, am Anfang sind wir assoziiert mit unseren Gedanken. Wir glauben, wir sind unsere Gedanken. Je länger wir achtsam bleiben, umso mehr wir vom Leben wahrnehmen, umso mehr nehmen wir auch von uns wahr und von unseren Gedanken. Und irgendwann kommt auf den Weg dann ein Moment, wo wir aufhören, unsere Gedanken zu sein und feststellen, hey, ich kann meine Gedanken beobachten. Das heißt, wir trennen uns von der Identifikation mit unserem Verstand und sind der Beobachter unseres Verstandes. So, und da wir nun der Beobachter unseres Verstandes sind, haben wir nun die Macht und die Mittel nicht immer wie auf Autopilot instinktiv das machen zu wollen oder uns von unserem Verstand beherrschen zu lassen, sondern wir können uns aussuchen, ob wir diesen Gedanken jetzt nachgehen wollen oder nicht. Denn du selbst bist der Himmel, aber nicht das Wetter. Der Himmel ist nicht freudig, weil die Sonne scheint oder traurig, wenn es regnet. So, und genauso sollte das auch bei uns sein. Du bist die Instanz darüber. Du kannst beobachten, ah, das ist ein interessanter Gedanke oder oh, so fühle ich mich also gerade. Du bist aber nicht mehr das Gefühl und du bist nicht mehr der Gedanke. Und wenn diese Erkenntnis über das Fühlen, über das Wahrnehmen mit einiger Übung kommt, dann hast du ganz andere Möglichkeiten, was deine Gedankenkontrolle betrifft. Denn der erste Schritt raus, davon von deinen Gedanken kontrolliert zu werden, ist es, achtsam zu sein und dann die Möglichkeit zu haben, zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist. Wenn du noch Fragen hast, dann scheue dich nicht davor, gerne in die Kommentare zu schreiben und speziell nachzufragen. Ich bin stets bemüht, immer schnellstmöglich darauf zu antworten. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, wenn dir das Video gefallen hat, natürlich über einen Daumen nach oben und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Adios.